Ich komme aus Wien, aus dem 12. Bezirk, aus Meidling, einem Arbeiterbezirk. Ich komme ursprünglich aus dem Waldviertel, eine kleine Gemeinde. Der Ort, wo ich herkomme, da gibt es ungefähr 100 Einwohner. Wir befinden uns hier in Floridsdorf, ein ähnlicher katastrophaler Brennpunkt wie Meidling. Es herrschen ja kriegsähnliche Zustände. Man hat es fast unmöglich, hier durchzukommen ohne Kampfsportausbildung und ohne ausgebildeten Kampfhund. Und ich bin froh, wenn jetzt bald wieder ein richtiger, rechter Politiker kommt und hier für Recht und Ordnung sorgt, weil es ist kaum ein Durchkommen und kaum ein Überleben hier. Basti, bitte rette uns. Hol uns in deine Waldviertelgemeinde. Basti, bitte rette uns.